willkommen zu let's play minecraft aka seven days to change also minecraft seven days to change zur 74 folge mittlerweile ja auf jeden fall halten lässt verhalten mega der letzte folge hat ein bisschen darüber geredet hat wie es quasi mit über welche band sich quasi gehört der preis die fähigkeiten ab die 13 folge und ja das ding ist da was halt so dass das war schon ziemlich hart mit chester linke papa die erste band ich wirklich gehört haben gefeiert habe und fest auch mehr wirklich egal ob die alten neuen sachen aber bei hell also bei vor allen dingen also er sagt bei one more life beim letzten album war ja hat man schon weg das ist wirklich ziemlich depressiv ist deswegen ja aber es war einfach mir krass dieser tag als ich das erfahren habe ja also dass ich nicht von den thema unter das wir wir überreden weil sonst war ja auch wieder anzuhören wie heißt es sonst höre ich also eskimo cowboy nicht nicht so absolut ab und also nicht so viel ich höre iron maiden warlock warlock wer es nicht weiß dass es glaube ich die erste deutsche metal band der doro pech falls ihr euch was sagt eigentlich müsst ihr euch was sagen dann höre ich die alten sachen von saltatio mortis also alles bis zirkus zeitgeist das neue boot und spiele ich war mir gehalten dann muss ich echt sagen das album davon bin ich echt enttäuscht rammstein höre ich jetzt gar nicht mehr seit dem letzten also dem letzten video was jetzt quasi für mich jetzt vor ein paar tagen rausgekommen ist dieser skandal wo ich sagen seitdem rammstein überhaupt gar nicht mehr deswegen also melden reise ganz gut und temptation aus lions die alten sachen von night rush metall eigentlich einige führen die slaughterhouse höre ich dann halt subway to sally kommen es vergantes heidenlärm in extremo pfeifinger death bunch disturbed das sind eigentlich die hauptkandidaten die höhere so das haben wir auch schon mal bis angefangen als abzutragen bäume stehen sowieso nicht mein weg gut dann können wir hier hinten schnell das ganze voll klatschen mit erde nice so jetzt ist von oben niemand das ist ein wie die unterholen würde sagen dass das hier unterholen blatt 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 Alter richtigen offenders kram welche bands euch noch die hauptband vor allen dingen otter putzen wohl biet ok das ist aber zu sally ganz vergantes heidenlärm sonst halt live an dieser schon gar nicht noch mal nicht vergessen habe ich ja auch letztes jahr also anfang letzten jahres am 8 also am 8.3 live gesehen in hannover einen tag später wieder hannover gezogen so deswegen ok welche event habe ich sonst schon live gesehen saltatio habe ich schon mehrfach live gesehen mps weil ich auch ein ich habe da früher gelagert nämlich auf mps bis 2012 das in bückeburg und in rastede dann habe ich also ja so hat die beiden mps rastede und bückeburg bückeburg baue ich vielleicht später in meinen kalender wieder ein weil ich ja auch gern auf mit alter merken lager der bückeburg vielleicht später wird es dann auch gibt wieder ein aber die regeln sind teilweise mega kacke muss ich sagen ja sonst die pestilenz hier höre ich häufig scherbelhaufen sich ab und zu nur diesen ja meistens noch in ropenburg komisch vergantes die habe ich letztes mal in hildesheim gesehen aber hildesheim ist ja diesjahr nicht mehr leider also hildesheim soll überhaupt gar nicht mehr sein wen haben wir noch heiden lernen höre ich auch ab und zu die war unter anderem herrenhausen 2017 das war auch der letzte herrenhausen markt herrenhausen der herrenhausen 2017 isenbüttel 2017 das war auch die letzte merke die ich hatte fällt mir auf mich bekann wir nämlich nichts wirklich an musik das war auch der letzte herrenhausen der herrenhausen der herrenhausen der herrenhausen deswegen ja dann kann ich auch nicht so viel live gesehen sonst habe ich zweimal einmal in hannover einmal in hamburg das würde aus dauern habe ich live in hamburg dann habe ich also dann als vorgruppen war der gujira gujira war nicht so wirklich gut fand ich dann halt pop evil like a storm like a storm ist neuseeländische rock metal band also kann man ja auch punk abstempeln also ich kann man viele genre die jungs einfach rein schieben aber passen wirklich perfekt also machen wirklich mehr geile musik dann als lions die da bin ich auch nur durch zu weit drauf gekommen die habe ich halt in hand über hannover ja also als vorgruppe von order bridge da bin ich noch live gesehen aber ich habe so viele live gesehen deswegen ich habe so fricking viele leute live gesehen also so viele band schon so dann können das werden wir noch mal ein bisschen verändern so jetzt sieht es gut aus block ich habe so viele so viele bands live gesehen nicht haben kann mittlerweile nicht man merken wehen alles ich habe gesehen habe ich weiß nur ich hatte einige bands auf dem hurricane quasi aber da war ich nicht selbst sondern ich habe die halt nicht wirklich live gesehen aber live gehört quasi will man quasi in der nieder des hurricane festivals ist also wohnt erster abend und dann immer mega verkehrschaos ist geil so aber es war wieder folge dann würde ich sagen danke fürs zusehen leute und ja ich überlege jetzt kommen wir das hier terraform demnächst ein danke fürs zusehen und ciao